Und damit herzlich willkommen zu einer seit langem ersten Folge Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Und ich würde sagen, los geht's. Team Deathmatch, wie gewohnt, wir nehmen den Operator Sledge, wie immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn es los geht. So, jetzt müssen wir die Bombe finden, den Gefahrgutbehälter. So, wie ist er denn das Ziel? Ich gehe mal hier lang, da ist eine Treppe, da gehen wir hoch, so. Da ist noch eine andere Drohne, wir gehen einfach mal dahinter her. Treppe hoch, schauen wir, ob die hier befinde ich. Oh, da sind die beiden Gegner. Wir haben sie gefunden, wir haben sie gar nicht, meine Drohne ist kaputt. Nice, jetzt können wir noch anderen Drohnen zuschauen hier. Wir haben unser Ziel erreicht. Und dann würde ich sagen, kann es doch eigentlich losgehen, oder? Nach 10 Sekunden. Das halten wir noch kurz aus. Und dann würde ich sagen, packen wir es. Ich glaube, jemand hat ein Schild genommen. Von uns ist es sehr gut, weil ich habe den Typ mit dem Hammer. Dann kann man so taktisch vorgehen, dass ich die Tür einschlag und der Typ da mit dem Schild stürmt. Das machen wir auch. Vorausgesetzt der Typ mit dem Schild läuft mir gerade hinterher. Oder hat überhaupt ein Schild ausgerüstet, wenn nicht, habe ich ein Problem. So, ich gehe jetzt aber auf jeden Fall hier mal rein. So, nach euch. Ne, okay. Ähm, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Schauen wir halt mal nach, ob hier jemand ist. Ne, hier ist keiner. Los geht's. Ist jemand? Nein. Okay. Tür einschlagen. Jopp. Okay. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Oh. Oh, da ist was, da ist was. Ich schmeiß mal hier so eine Flash-Kanade rein. Da ist jemand, ist sie. So, äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal gut mache. Ne, kann man nicht. Ich krieg's da jetzt rein. So. Uuu, ich seh nix. Nein, nanananananan. Na toll. Ernsthaft, das ist der letzte Gegner. Tu doch mal was gegen den. Jawoll. Hammer. Die erste Runde für uns entscheiden können. Was macht der? Äh, die Replay von dem Typen. Eine Pistole hat ihn gekillt. Eine Pistole. So. Seitenwechsel. Jetzt müssen wir ihn verteidigen und die greifen an. Ich würde sagen, nehmen wir doch mal hier den, wie heißt denn der Typ hier nochmal? Den Jäger. Nehmen wir den Jäger. Den deutschen Jäger. So. Team steht. Jetzt auf jeden Fall. So. Wir haben Ella, Doc, Cavera, Mute und mich als Jäger. So. So. Haben die jetzt erstmal ihre Sachen ausgewählt. Ich will loslegen. Und es geht los. Dann verteidigen wir nochmal hier unsere komische Anlage. Packen wir mal so ein Pfeil hin. Das hält Granaten auf und schockt die, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher mehr, ob das wirklich so ist. So. So. Ähm. Da packen wir auch noch so ein Ding hin. So. Ich stimme schon wieder ab, irgendjemanden aus der Sitzung zu werfen. Ne, ne, ne. Nicht mit mir. Mir ist jetzt ziemlich klar. Ähm. Packen wir da noch einen hin. Dann stellen wir hier irgendwo unser Schild auf. Ey. Was macht denn ihr hier? Oh Mensch. 5 Sekunden. So. Stellen wir mal hier unser Schild irgendwo hin. Und dann packen wir hier unser Schild hin. Zack. Da steht unser Schild. So. Dann haben wir hier noch Pistole. Okay. Dann warten wir hier einfach mal. Oh. Da ist noch eine Drohne von einem Gegner. Hardoro. Wohin willst denn du? Da ist noch eine Drohne von einem Gegner. So. Okay. Dann würde ich sagen. Keine Gegner. Keine Gegner. Keine Gegner. Keine Gegner. Dann warten wir jetzt einfach mal ein bisschen. Bis die Gegner aufgetaucht sind. So. Wir haben die Gegner lokalisiert. Die sind hier irgendwo. Da ist unser Geruch. Oh. Da ist schon einer tot. Geh doch mal da weg. Verdammt. Was probierst du noch? Ja. Was habe ich gesagt? Hä? Wo sind denn die? Die Jocken wahrscheinlich wieder in so einer Wand an der Seite. Dann schießen wir da durch. Oh. Oh. Ich werde geschockt. Ich werde geschockt. Da ist eine Drohne. Nein. Tschüss. Jetzt ist tot. Oh je. Ich bin noch zu zweit. Komm schon. Jawohl. Und dann kommt der von der anderen Seite man. Was für ein kleiner Camper. Aber wir haben noch gewonnen die Runde. Sehr schön. Dann bin ich. Dann bist du natürlich tot. Dann ist die Abschusscam. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben dann zwei Eliminierungen. Immerhin. Es sind im Spiel nämlich nicht leicht so Eliminierungen zu bekommen. Was mich ärgert, ist, dass ich gestorben bin. Das ärgert mich. So, Seitenwechsel und dann geht es gleich weiter. So, dann machen wir das mal. Den Standort des Bio-Gefahren-Stoff-Behälters, wie auch immer, finden. Gehen wir mal hier rein. Vielleicht haben wir ja Glück und finden sie auf Anhieb. Ist das eine Küche oder sowas? Gehen wir mal hier durch. Hallo? Hallo? Nee, nochmal die Treppe hoch. Vielleicht ist er oben. Oh ja, ja, ja. Und das war's. Meine Drohne ist Schrott. Das sind mal die anderen, die fahren hier. Ja, der ist jetzt auch gleich weg vom Fenster. Jo, aber wir wissen, glaube ich, zumindest ein bisschen, also so ungefähr ein Standort von dem Ding. Deswegen werden wir uns jetzt einfach mal dahin begeben. Und das Ziel finden. Ich hoffe, irgendjemand von euch hat wieder den Typen mit dem Schild ausgerüstet, weil ich ja wieder den Typen mit dem Hammer. So, mir nach, Jungs und Mädels. Zack. Nein. Okay, dann gehe ich wieder als erstes rein. Hallo? Hm, nö. Äh, ich muss in die andere Richtung. Tür einschlagen. Okay, dann gehe ich noch die Treppe hoch. Ich glaube, das war im zweiten Stock. Warum kommt mir keiner nach, Mann? Muss ich wieder ganz alleine hier hoch? Oh, wir haben das Ziel identifiziert. Da ist der Gegner. Nein. Oh, das war schlecht, das war schlecht. Jetzt weiß der, wo ich bin. Blendgranate. Nee, so spielt der Granate. Da hängt irgendwas, was mich schockt. Tschüss. So, aber dann schleichen wir uns mal da rein. Ich weiß noch, noch eine Granate. Ohm. Nichts gemacht, voll. Den Behälter sichern. Ja, Chelsea. Das war sogar der letzte. Da haben wir den letzten finalen Kill hingelegt. Das sieht natürlich jetzt richtig unspektakulär aus. Ich glaube, das war es sogar schon, oder? Das war sogar, ja. Wir haben gewonnen. Makelloser Sieg, würde ich sagen. Makellos. Ist immer Dritter geworden, glaube ich, hier. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich mal einen Daumen nach oben freuen in einem Kommentar. Und wenn ihr es weiter erzählt, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und bis zur nächsten Folge Rainbow Six Siege. Ciao.